Das könnte einer der Evanuris sein. Vielleicht sogar Gelenayen oder Elgonan. Sie waren niemals Götter. Dieses Artefakt funktioniert nicht richtig. Vielleicht sollte ich mir die Kristalle ansehen, mit denen es verbunden ist. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Die Person, die das eingerichtet hat, stand in Kontakt mit jemandem oder etwas aus dem Nichts. Junge Magier stellen immer als erstes die komplizierten Fragen. Das war's für mich. Das war's für mich. Alles klar! Alles klar! Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich bin gespannt. Oh, oh, oh. Wartet, was? Das sind alle Kristalle. Hoffentlich repariert das die Artefakte. Das ist eine Person. Die Artefakte soll etwas anziehen. Und es ist vertraut. Wir sollten aufhören, uns damit zu beschäftigen. Der Wald wird es sich zurückholen. Die Artefakte soll sich zurückholen. Die Artefakte soll sich zurückholen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?